Pillenpaul wurde er von manchen genannt. Der Papst soll sich aus meinem Sexleben raushalten. Ob ich die Pille nehme oder nicht, ob und wann ich Kinder bekommen will, das ist meine Entscheidung. Da lasse ich mir von der Kirche nicht mehr länger reinreden. So dachten viele, als ich heute vor 50 Jahren Papst Paul VI. in der Enzyklika Humanae Vitae gegen die Pille aussprach, die gerade neu auf den Markt gekommen war. Völlig lebensfremd, sagen heute immer noch manche. Andere, interessanterweise auch Papst Franziskus, halten Humanae Vitae für revolutionär und prophetisch. Und ich finde, es lohnt sich total, sich auf die Kerngedanken von Humanae Vitae einmal neu einzulassen. Okay, die Sprache ist ein bisschen altertümlich, aber die Gedanken gar nicht. Kerngedanke ist, miteinander schlafen ist für christliche Eheleute wichtig. Denn dabei schenkt Gott Lebendigkeit. Sex hat immer zwei Sinnziele, die Freude am Partner und das Entstehen neuen Lebens. Und beides gehört untrennbar zusammen. Fromm gesagt, wenn Gott im Moment des Miteinander schlafens Lebendigkeit schenkt, dann kannst du ihm nicht sagen, oh lieber Gott, ich will aber nur die eine Hälfte von dem Geschenk. Früher hat man das ja so gemacht. Ich weiß von meinen Großeltern, dass sie Sex für Kinderkriegen wichtig fanden. Aber dass das Spaß machen sollte, das lag ihnen ganz fern. Aus der Sicht des Glaubens ganz falsch. Da wird die Lebendigkeit, die Gott schenken will, auf das Kinderkriegen reduziert. Und heute ist es genau umgedreht. Da will jeder Spaß am Sex haben, aber Kinder, oh nee, bloß nicht. Ist genauso falsch. Paul der Sechste betonte, beides Offenheit für das Leben und die Freude am Sex gehören zusammen, untrennbar. Und wenn man das ernst nimmt, dann fällt die Entscheidung für eine natürliche Familienplanung aus und gegen die Pille. Vielleicht sind dann auch drängende Fragen wie in vitro Fertilisation oder Reproduktionsmedizin anders zu bewerten. Im Nachtgebet heute bete ich jedenfalls für alle Ehepaare, die sich auf das Abenteuer der Offenheit für das Leben einlassen. 22 Uhr DOMRADIO.DE Dein Weihbischof Ansgar